Hey, hey und willkommen zu einem neuen Sims 4 Speed Build. Heute mal wieder mit einem Gemeinschaftsgrundstück und zwar einem nachhaltigen Hipster-Coffeeshop. Die Idee dafür hatte ich schon eine Weile jetzt im Kopf und zwar auch ziemlich fertig. Es hat dann auch gar nicht lange gedauert, das zu bauen, weil ich mir das schon genau vorgestellt hatte, wie das alles werden soll. Insbesondere mit diesem Glasdach und dieser Glasfront vorne und dann links und rechts die beiden Räume für die Küche und das Bad. Das Farbschema ist so golden, grüne Pflanzen, dunkles Holz, also mein klassisches Lieblingsfarbschema und ein bisschen so industrial. Deshalb also auch hier die Ziegelwände. Allerdings dann zumindest nicht an allen Wänden, also die Rückwand habe ich dann nur so peisch gemacht, dass es nicht so zu sehr overkill wird. Dann diese Pflanzen aus dem Debug-Menu für eine begrünte Rückwand und dann habe ich zuerst versucht, so Ottomanen zu benutzen als Sitzbänke an den Tischen, aber das war dann irgendwie blöd. Dann musste man sich dann so an die Pflanzen anlehnen. Also bin ich doch wieder bei meinem Lieblingssofa gelandet und habe außerdem diese neuen Stühle benutzt, die wir jetzt in Base Game bekommen haben. Was mich auch dazu bringt zu erwähnen, dass das mal wieder ein Base Game Bild ist. Also für alle verfügbar. Die Farben bei den Tischen und den Stühlen und den Sofas ändern sich noch ein paar Mal. Ich habe das teilweise rausgeschnitten, also nicht wundern, wenn da plötzlich was umspringt. Ich habe da ewig umprobiert, bis das irgendwie alles gut zusammenpasste. Dann hier links also die Theke, wo man dann bestellen kann, wo dann die Kaffeemaschinen hinkommen, aber auch eine richtige Bar. Das Grundstück ist als Bar deklariert, weil ich dachte, das kommt in einem Coffeeshop am nächsten und kann natürlich auch als solche verwendet werden, aber ist halt eigentlich als Coffeeshop gedacht. Dann habe ich mein Lieblings-Debug-Item, diese Holzplanke, benutzt, statt der klassischen oder der schlichten Regale, weil ich auch hier fand, dass das von den Farben irgendwie besser passte zu meinem restlichen Holz. Und die funktionieren ja genauso gut wie Regale. Also da ich sowieso ja alles von Hand platziere und mich nicht auf das automatische Dranschnappen verlasse. Ja, hier sieht man, dass ich ja mal umfärbe. Da wurde ja dann alles irgendwie heller. Ich glaube, später geht es dann aber wieder zu dunkel zurück. Da ist es dann wieder dunkel. Und dann habe ich auch eine passendere Tür noch gefunden für die Küche. Die Küche sieht man jetzt schon, ist natürlich mega schmal. Also da wird es dann etwas gequetscht. Aber das ganze Gebäude sollte halt immer noch relativ klein sein. Also so im Spirit meiner üblichen Bills, ich baue ja immer eher klein und gequetscht und gemütlich, ist dann halt die Küche auch nicht so sonderlich groß. Dann habe ich diese Regale aufgefüllt mit allem, was so aussah, als könnte es in einem Coffeeshop an der Wand stehen. Also hier einfach so kleine Flaschen, das kann ja wer weiß was sein. Und dann ein paar von diesen Kaffeekannen. Und auch diese, das ist glaube ich hier ein Teepot. Ach, ich weiß es nicht. Und dann auch noch wieder mehr Pflanzen und unter anderem diese, die eigentlich einem in die Fenster gehören. Wie nennt man das? Kästen? Naja, die dann dort von oben so runter hingen, was ich fand. Das passt so zu dieser dschungeligen Atmosphäre hier drin. Und natürlich die ganzen Kaffeetüten aus dem Debugmenu, damit man dann auch sieht, dass es ein Coffeeshop ist und nicht eine Bar. Dann noch ein paar Flaschen, die kommt glaube ich gleich wieder weg. Aber genau diese hier, ich weiß nicht, ob das eigentlich Parfüms sind, aber die sahen irgendwie noch so aus, als könnten die auch irgendwas Passendes enthalten. CDs aus irgendeinem Grund. Ja, also da habe ich das halt einfach etwas vollgestopft. Und da, das war jetzt glaube ich alles. Genau, dann kommen die Theken wieder hin. Die muss man ja immer entfernen, weil sonst alles auf die Theken landet. Und dann noch ein Blümchen auch über der Tür. Dann habe ich eine Kaffeemaschine und eine Teemaschine hingestellt und mich mal wieder geärgert. Das ist das falsche Wort, aber es ist halt schon schade, dass man die immer nur so mittig platzieren kann und nicht frei platzieren kann. Aber das muss natürlich so sein, damit die Animation dann passt. Aber das sieht halt irgendwie immer total unnatürlich aus, dass die auch nicht so hinten in der Äcker an der Wand stehen, sondern irgendwie so vorne dran. Ich habe dann versucht, halt ein bisschen Zeug drüber ranzustellen, dass es nicht so sehr komisch aussieht und finde, das ist jetzt ganz okay geworden. Dann Lampen, wie gesagt, so ein bisschen industrieller, schick und auch eine Stehlampe. Und dann auf der anderen Seite geht es ins Bad, obwohl zuerst halt so noch Tische und Stühle ans Fenster. Und dann habe ich mich entschieden, das Glas komplett glasdach zu machen. Das war ja vorher erst nur an einer Seite offen, aber weil wir halt die Decke nicht anstreichen können, dann hatte ich da diese riesenweiße Decke, die man dann halt auch voll sieht, weil man von der anderen Seite durchs Glas gucken kann. Das hat mich dann wie immer total gestört und dann habe ich mich halt entschieden, alles Glas zu machen. Aber wenn euch das zu viel ist, kann man das also wie ein Schiebedach einfach von den Seiten wieder zuziehen. Oder auch komplett zuziehen, wenn ihr gar kein Glasdach wollt. Dann geht es, glaube ich, schon draußen weiter. Genau, da habe ich so eine Rankhilfe gebaut mit den Büschen, die dann da so schön hochwachsen. Und dann habe ich gedacht, ich benutze diese, das ist eigentlich ein Wohnzimmertisch, glaube ich, also diese Truhen. Ich zweckentfremde die als Bänke. Natürlich können die Sims da nicht wirklich drauf sitzen, aber es sieht halt jetzt so aus, was ich sehr hipsterisch fand. Und dann aber zumindest auch noch ein paar Stühle, auf denen sie dann auch wirklich sitzen können, dass man also hier draußen auch sitzen kann im Schatten des Vordachs und auch da seinen Kaffee trinken kann. Dringend gibt es dann noch ein Bücherregal und einen Lautsprecher, der dann, wie ich beim Playtest festgestellt habe, natürlich dazu führt, dass die Sims da ständig das halt für eine Bar halten und da stehen und tanzen und so. Das ist jetzt nicht so passend für einen Coffeeshop. Also wenn euch das stört, müsst ihr den einfach wieder entfernen. Ich habe den jetzt erstmal dagelassen und dann hat man da auch immer musikalische Untermalung. Das Bad, da gibt es echt nicht viel zu sagen. Ich fand, die Ziegelwannenwände passten erstaunlich gut zu den Fliesen und ich habe die gleichen Theken wieder benutzt. Ansonsten ist es halt ein Unisex-Bad mit einem Waschbecken. Und weil es natürlich ein nachhaltiges Café ist, gibt es richtige Handtücher und keine Papiertücher. Und deshalb habe ich dann gleich auch noch so eine Tonne hingestellt, wo ich mir vorstelle, dass da die gebrauchten Handtücher dann reinkommen. Und dann habe ich noch so ein Attizbrett aufgehängt, wo dann vielleicht Flyer für Partys oder sonst was aufgehängt werden. Ah, das ist natürlich, der Coffeeshop ist auch super geeignet, wenn ihr so einen Universitätspack habt. Der würde super auf einem Campus aussehen. Jetzt also hier diese Schlauchküche, Platz optimal ausgenutzt, Kühlschrank in der Ecke und dann die gleichen Theken. Obwohl da, wo das Waschbecken ist, das bewegt sich gleich nochmal, weil ich einen Müllammer da noch hingestellt habe. Und ich habe versucht, es so zu machen, dass die Sims sich da nicht so in die Quere kommen, wenn man da drin spielen will. Es bietet sich natürlich auch an, wenn ihr jetzt Parista spielen wollt, dann könnt ihr euren Sim hier auch tatsächlich kochen und Trinks mischen und so lassen. Also ihr könnt hier nicht nur als Besucher in den Coffeeshop kommen, sondern den auch hier sozusagen arbeiten lassen. Dann ging es wieder nach draußen. Ich habe die Außengestaltung vor allem mit Debug-Items gemacht, um halt so ein bisschen Innenstadt-Flair zu erschaffen mit Autos. Gleich kommen da noch ein paar mehr Briefkasten, Schildern und sowas. Ich habe mich einmal komplett durchgescrollt und habe mir alles so geschnappt, was mir gefallen hat. Ich glaube, das ist ein Geldautomat und das dann überall arrangiert. Genau, da habe ich mit dem Auto rumgespielt, bis das irgendwie nett aussah. Erst dachte ich nur das eine, dass das so von vorn von der Straße kam, aber ich drehe das gleich nochmal um. Und dann war es da vorn noch so leer. Da habe ich dann noch diese Blumenkästen hingestellt, um so den Terrassenbereich abzugrenzen. Weil das Grundstück halt riesengroß ist, habe ich im hinteren Bereich, das wird jetzt hier nicht sehr spektakulär, einen kleinen Platz-Park noch schnell gemacht mit einem Brunnen und Sitzbänken. Also mehr, um den Platz zu füllen als aus irgendwelchen anderen Gründen. Obwohl es natürlich auch passend ist, also so ein Coffee-Shop ist ja auch ein super Ort für ein erstes Date. Und wenn es dann etwas romantischer wird, dann kann man sich hier auch noch in den Schatten der Bäume auf die Bänke zurückziehen, um sich etwas näher zu kommen. Dafür ist es vielleicht ganz gut. Ansonsten ist es jetzt eher hier so ein Platzfüller. Aber ganz links könnt ihr schon ein paar Blicke erhaschen auf, das wird wahrscheinlich das nächste Video. Könnt ihr schon mal raten, was das da ist. Das habe ich aber noch nicht fertig gemacht. Genau, so jetzt hier die Bänke. Und dann auch da noch ein paar Laternen und Lampen, damit es im Dunkeln auch schön romantisch wird. Und dann war hier immer noch etwas Platz. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das so ein nachhaltiges Hipster-Café ist, dann haben die vielleicht auch ihren eigenen Garten hinten dran, wo sie noch irgendwas anpflanzen für ihre glutenfreien Muffins. Oh, das klingt jetzt so, als würde ich Hipster-Cafés nicht mögen. Aber das Café vom Stil gefällt mir sehr gut. Ich würde da persönlich auf jeden Fall hingehen. Also es gibt jetzt hier jedenfalls noch so einen Garten hinten dran, wo die Sims dann auch noch gärtnern können. Also wie gesagt, man kann hier einiges an Aktivitäten betreiben. Ich habe dann auch genau noch richtige Pflanzkästen hingestellt. Aber ganz, wie ich das ja meistens mache, erstmal einfach random Pflanzen reingesetzt, wenn ihr dann da also gärtnern wollt. Einfach wieder entfernen. Ich weiß, dass ich auch Pflanzen aus der Galerie runterladen könnte, aber ich finde das so immer irgendwie einfacher und schöner. Und da ich das Jahreszeitenpack habe, muss ich da noch nicht darauf achten, dass ich gerade die richtigen Jahreszeiten eingestellt habe und so. Genau, die Holzwand, ich fand die eigentlich schön, aber die passte farblich dann doch nicht so zum Rest des Gebäudes. Deshalb habe ich die dann nochmal ausgetauscht gegen diese Steinwand, obwohl mir die eigentlich ein bisschen niedrig war. Ich fand das eigentlich cool, dass das so etwas höher war, dass der Garten da so wirklich Privatsphäre hat. Aber jetzt ist es halt so. Und dann noch ein paar mehr Autos an der Stelle, an der Seite, dass das da wie so ein Parkplatz ist. Wie auch immer die da hingefahren kommen. Da steht nämlich, glaube ich, eine Lampe im Weg, aber gut. Und dann kommen noch ein paar Lampen nach draußen. Und dann ist es, glaube ich, auch schon fast fertig. Ah ja, dann habe ich noch Barhocker hingestellt. Genau, innen dann auch noch ein paar Lampen, damit alles schön beleuchtet ist. Und dann, glaube ich, noch Laptops. Ja, das war es dann eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.